Hiermit hat 2014 alles angefangen und seither zeichne ich im Grunde jedes Jahr ein neues Wimmelbilderbuch. 2014 das Saarland Wimmelt Band 1, 2015 folgte Band 2 aus dem Saarland, danach war Bamberg dran und dann Braunschweig und im vergangenen Jahr zum Weihnachtsgeschäft ist Bayreuth Wimmelt erschienen und für dieses Jahr 2019 habe ich mich dazu breitschlagen lassen, zwei Wimmelbilderbücher in einem Jahr zu machen. Ich hoffe, ich kriege keine Sehnscheidenentzündung. Jedenfalls bin ich gespannt, ob ich das schaffe. Ich werde es wahrscheinlich auf alle Fälle schaffen, aber es wird eine Stange Arbeit und damit soll es auch heute losgehen. Der regionale Hintergrund ist nicht die einzige Besonderheit von den Wimmelbilderbüchern. Es sind auch alle Figuren in den Büchern basieren auf real existierenden Personen. Die haben sich vor Ort in den Buchhandlungen, mit denen wir das machen, fotografieren lassen. Dann kriege ich die Bilder und dann wird auf Basis dieser Fotos werden die Leute da reingezeichnet. So soll es auch bei beiden Wimmelbüchern in diesem Jahr wieder sein, aber zunächst geht es los mit den Hintergründen und das ist auch das heutige Speedpainting. Wir waren vor Ort in Kempten, haben Fotos gemacht von den Motiven, die ins Buch kommen und unter anderem von dem Rathaus in Kempten, was auch das Titelbild wird. Und damit geht es heute los. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.